Hallo Sachsen! Willkommen in unserem neuen Energietreff hier in Bischofswerda. Es ist unsere dritte regionale Servicefiliale, diesmal im Landkreis Bautzen. Wir laden euch ein, auf 500 Quadratmetern die Servicewelt von Sachsen Energie zu entdecken. Herzlich willkommen zur Eröffnung unserer dritten Servicefiliale in der Region, diesmal in Bischofswerda. Herzlichen Dank allen, die daran mitgewirkt haben. Ob in Göta, Frankenthal, Burkau, Schmöllen-Putzgau, Bautzen, wo auch immer, hier ist der Anlaufpunkt, hier kriegt ihr die Informationen. Für euren Besuch stehen jede Menge Parkplätze, Stromtankstellen und Fahrradstellplätze zur Verfügung. Welchen Service wir euch bieten, zeige ich euch jetzt. Modern und freundlich empfängt der Energietreff seine Gäste. Eine große Ausstellungsfläche von Exponaten wie Solarmodul, Wechselrichter, Wallbox, Router und interaktiven Touchmonitor lädt ein, die Produktwelt von Sachsen Energie zu entdecken. Übrigens haben hier überwiegend regionale Gewerke gebaut. So sind 18 neue Arbeitsplätze entstanden und wir schauen uns jetzt die Beraterplätze an. Hallo, was können denn unsere Kundinnen und Kunden hier erwarten? Hallo, wir möchten hier für die Menschen fort einfach nur da sein. Gerade in diesen unsicheren Zeiten, die wir sie jetzt gerade erleben, stellen sich ja viele Fragen. Dabei ist eine persönliche Beratung enorm wichtig. Wir beraten hier im Bischofswerda über den Breitbandausbau. In der Filiale können wir die Kunden über die passenden Tarife, die Hardware und wenn gewünscht auch über unser IPTV beraten. Wir freuen uns auf euch im Energietreff Bischofswerda. Vielen Dank.